So, meine Leute, so, wir sind jetzt in Grand of the Finale, kann ich so sagen, denn wir sind, äh, die Himmelszene und jetzt werden wir uns gleich zu den Kristallbogen begeben. Joa, und dann werden wir eben halt sehen, was da abgeht, ne? Giko Aka Giatobi stellt sich nun, Diablo, das oberste Übel. Nein! Och, ne, komm schon. Was, das kannst du mir nicht antun. Ah, müssen wir das jetzt wirklich alleine durchziehen? Feiger Sack, du! Oha, das sieht ja episch aus. Wir hören ihn. Da ist er. Bis Diablo. Die sieben Übel sind eins in mir. Ich bin Idion. Das oberste Übel, Diablo. Tötet Diablo. Okay. Das oberste Übel sind eins in mir. Oha, wenn wir jetzt aufpassen, wir ihn. Denn er hat's richtig drauf. Der heftigste Feind, den wir jetzt noch bequetschen müssen. Ah, der kann jetzt diese Käfige machen, wo unser Gründer eingesperrt sind. Nein! Was für ihn nicht fies ist. Weil... Ich bin nicht gerne schon mal weiter als Fies. Oh! Nein! Das ist doch so fies! Ohne einen Gefährten. Komm schon! Sei nicht so ein Sack! Nein! So! Jetzt fühle ich mich besser. Ah! Komm halt klar! Das hat er ja auch fast aufgerufen gehabt. Ich kenne dich. Ich weiß, dass du doch schon mal drauf hattest. Nervo. Nein! 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 Aua! Das ist nicht gut. Shit. Aber wir haben hier Heile. Wow! Oh! Er kann sogar teleportieren, ey! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Ich bin verbunden! Auauch! 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 Sack! Auauch! Auauch! Jaauch! Sicherlich! Jetzt sind wir wieder da! Auauch! 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 mal ein kurzer Trick lasst uns gemeinsam aber ich glaube der will gleich auch wieder eingesperrt oh man das ist so fies du Bistablos? Ja ich bin gefangen das ist sowas von nicht fair, komm schon ja das haben wir schon gesehen Kaff gegen uns Aua das ist auch nicht wirklich das Zeug was ist das denn? abgedreht Aua 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 ohne unseren Verbündeten ist es ja total doof finde ich das Aua da ist es so unfair Chuck Oh mein Gott, du bist Verheftig Okay, 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 okay. Alles gut, alles gut. Nein, nicht alles. Nicht wirklich. Ich weiß, das macht ja gar nichts aus. Genau. Blöder Käfig! Oh man. Autsch. Ich gucke mich mal hier ein bisschen in die Arena herum. Aha, da hast du da. Oh, Autsch. Scheiße, ich kann doch gar nicht mehr ausweichen. Au. Ach so. Oh. Oh, ne. Nein. Ah, scheiße, eine Relation. Ich hoffe mal, die in die Tränke. Also die Grund. Dann müssen sie wieder aufhören. Oh, ne. Ah, 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 ah. Autsch. Scheiße. Bom, bom, bom. Wo läuft der hin? Ja, blöd. Stör. Nein, ich bin schon wieder in den Käfig. Nein. Oh, oh. Ich benötige Hilfe. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Oh, oh. Genug. Mein Schreckensreich wird dich nun verschränken. Das hört sich nicht gut an. Was? Was? Oh. Nur durch einen Sieg über uns wirst du in dein eigenes Reich zurückkehren können. Doch in dem Moment ist die Jemals aus den Tiefen seiner eigenen Ängste aufgestiegen. Na. Na. Weiches Grauen. Na, super. Das ist ja voll wahnsinnig. Ich bin zerwunden. Stirb, trug wild. Oh, das ist doch fisch die Arme. Oh, komm. Boah. Boah. Ey, ich muss doch auch Heilbrunnen geben. Oder sowas. Ey, das hat mir nicht ganz richtig. Hier einfach nur... Oh, ho, ho. Ey. Nein. Nein. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Okay. Na ja. Meins. Uuh. Scheiße. Unser Doppelgänger. Nein, ich will nicht. Lass mir in Ruhe. Ja, unsere Doppelgängerin ist voll fies, Mann. Aha, nein, nein, nicht gut. Autsch. Och, Diablo, Mann, was geht bei Diablo? Ich werde nicht wieder ein Käfig, nein. Nein. Ich werde nicht. Nein. So ein Sack. Ja. Autsch. Oh, ein Stück. Nein. Alter, die Augen, Mann! Nein, nicht dein Käfig! Ich will nicht! Ich will nicht! Ja! Geschafft! Wieder zurück teleportieren. Ah! Nein! Dieses erbärmliche Licht muss aufgelöscht werden! Oh Mann, oh Mann! Alles, was du jemals kanntest, alle, die du jemals geliebt hast, werden zusammen mit dir sterben, Nefalum! Wow! Chill mal! Wo, wo ist Brunnen? Brunnen! Juhu! Yay! Und auch Brunnen wieder zu! Oh nein! Oh, Käfig! Käfig! Oh! Shit! Boah, hat sie das zu sehen? Oh! 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 Ja! Das ist böse! Das ist nearly so böse! Das ist bellend! Das ist unmöglich! Ja, das ist unmöglich! Heil dich lieber Mann! So. Jetzt! Jetzt! Jetzt bist du gar... Untermon! Nein! E alors... ien... Oh shit Aua... Aua, Aua Aua. Aua... Das tut-up weh... Nein da wallet... Guys, die details laten wea... Alte... Nein dieser super Pop heart ofl Accessibility stunts Hast du es nicht auf eine Idee ab? Weißt du was drauf da? Wow! War nur so eine Frage. Ah, ja klar. Ich kann nicht mal lauter reden. Nein, ich bin hier da nicht so glücklich. Nein! Nein, 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 nein! Aua! Klar, ja schön, ich bin hier auch noch oben. Nein! Nein, reiß dich nicht zusammen! Reiß dich nicht zusammen! Was ist das? Ja! Fisik! Es stört Diablo! Ja! Bam, bam! Endlich! Endlich! Haben wir Diablo geschlagen! Yeah! Erstmal schnell alles einsammeln! 21.000 Erfahrungspunkte! Ja! Alter Schwede, guck mal was wir hier für abgedrehte Sachen kriegen! Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioi! Das ist doch mal was! Cool! Hammahi-mäßig! jetzt können wir mit allen mit unseren Gefährten noch reden und dann auch noch mit Auriel und schon, ja sprechen wir mal mit unseren Templar die Ehre eines Hellen endlich haben wir gesiegt ich habe nie daran gezweifelt ihr seid eine wahre Helde yeah wir haben es voll geschafft Diablos bezwungen und damit fällt der Herr beschränkt uns mögen all die Seelen die von seinem Bösen gefoltert wurden nun Frieden schicken das war hart ey hammerhart endlich ist es vorbei viele tapfere Seelen sind in diesem Krieg gefallen dank uns sind sie nicht umsonst gestorben sprechen wir mal mit der Zauberin ihr seid wahrhaftig die die der Prophet versprochen hat in euch vereint sich alles worauf die Unen und die Menschheit gehofft haben und nun ja ihr seid auch noch sehr nett dankeschön das Schicksal hat sich erfüllt ich kann nicht glauben dass alles so eingetroffen ist wie der Prophet es wünschte ich habe alles was mir vertraut war zurückgelassen um an eurer Seite zu kämpfen das war die beste Entscheidung die ich je getroffen habe ja wunderbar jetzt werden wir nochmal mit dem Schiff hier es hat sich gelohnt alles die Wunden die Schmerzen mit einem Templer das Brot zu brechen mal ein kleiner Scherz ihr seid wie eine Familie für mich ich schulde euch mehr als ich je zurückgeben jetzt halte ich besser die Klappe bevor mir schlecht wird ein Held für die Ewigkeit was ihr da getan habt das war einfach unglaublich ihr seid der größte Held in der Geschichte ganz Königshafen wird euren Namen kennen wenn es nach mir geht sie werden ihn bis in alle Ewigkeit singen ich werde ihn verdammt auch mal jetzt singen wenn ihr das wollt ich kann immer noch nicht glauben dass ihr das getan habt habt ihr etwa Tränen in den Augen lündern nein nein es regnet tschu in den Himmeln regnet es nicht jetzt schon hahaha oh ne ey das ist aber ein cooler Typ so jetzt reden wir mit oh yeah der Tag ist gerettet Dablo ist besiegt und mit ihm alles böse